Oh yeah, Elektro-Schlott! Willkommen zu einem neuen Schlangomaten-Video. Heute geht es ein bisschen elektrikermäßig zu, also nicht elektronikermäßig. Okay, bei der Elektronik hat sich auch einiges getan, aber das ist kein Thema für heute, sondern elektrikermäßig. Fängt alles damit an, dass der Philipp sich Schalter gewünscht hat, mit denen er die Schlangomaten-Steckdosen alle abschalten kann, wenn er mal irgendwie sauber macht oder so. Und da habe ich mir gedacht, ja, könnte ich als Software-gesteuerte Taster oder so machen. Ich habe mich dagegen entschieden. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wenn die Software mal spinnt, will man mit den Schaltern immer noch zuverlässig die Steckdosen abschalten können. Und das geht nur mit mechanischen Schaltern. So was hier. Das hier ist wahrer Schalter-Porn. Die habe ich bei Reichel gekauft, vier Stück davon. Können 250, na was können sie genau, 277 Volt AC bei 16 Ampere. Die können richtig was. Und ey, befriedigende Mechanik. Viel besser als ein blöder Taster. Und deswegen mechanische Schalter. Was mir jetzt hier bloß auffällt, ist, die haben recht komische Anschlüsse. Ich vermute, dass normalerweise das Gehäuse für Umschalter auch gedacht ist. Gibt es wahrscheinlich auch eine Version. Und jetzt muss ich erstmal kurz durchmessen, was diese Zangen hier eigentlich machen. Diese Zungen. Und damit ich hinterher weiß, was miteinander verbunden ist. Und weiß, was ich isolieren oder abbiegen oder sonst irgendwie verdenkern muss. Ja, schauen wir mal. Wenn der Schalter bei den beiden unteren ist. Hier, wenn der Schalter da unten ist. Dann würde ich vermuten, dass das hier und das hier Kontakt hat. Ne, hat es nicht. Okay. Die äußere Zunge hat keine. Zack. Die innere Zunge hat. Und dieser kleine Stummel hier hat er auch. Okay. In der anderen Richtung. Innere hat nicht. Kleiner Stummel hat nicht. Äußere hat nicht. Okay. Das heißt, wenn er in der Richtung von dem unteren Teil hier ist. Dann ist er aus. Bei den beiden oberen ist. Dann haben wir Strom an der langen Lasche. Die kurze Lasche interessiert irgendwie keinen. Ich werde nochmal nach dem Datenblatt schauen, weil irgendwie drängt sich mir die Vermutung auf, dass man diese Lasche hier an den Schutzleiter anschließen könnte. Mal gucken, ob ich ein Datenblatt finde. Datenblatt habe ich bei Reichelt gefunden. Verlinke ich unten. Steht nichts von Schutzleiter. Und wenn ich hier meinen Dengel dran tue, dann habe ich hier nirgends einen Durchgang. Und wenn das tatsächlich Schutzleiter wäre, dann wäre es mit dem Gehäuse verbunden. Sprich, das ist nicht Schutzleiter, das kann ich schlicht und einfach abknipsen. Vorher schaue ich nochmal sicherheitshalber, ob ich dann auch nicht das falsche abknipse. Passt. Der ganz äußere kann weg. Dann ist er mir nicht im Weg. Und diesen kleinen Pöppel hier, der in Verbindung mit dem strumpführenden Teil steht, den werde ich auf jeden Fall ganz klein schleifen und vielleicht mal einen kleinen Spritzer Kleber oder so noch abisolieren, damit man dann keine Berührung irgendwie dran haben kann. Ihr seht dann später, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber bis dahin erstmal... Bye-bye, Birdie. Überflüssige Teile ab. Ich habe übrigens einige Kommentare bekommen, in denen es hieß, dass ich hier noch irgendwie Dosen drauf machen soll als Berührungsschutz. Mal ganz ehrlich, schaut euch das mal an. Das Einzige, was man hier tatsächlich anfassen kann an den Dingern, sind hier die Klemmen vom Schutzleiter. Und hier so eine Metallschraube, wo der Schutzleiter dran hängt. Sprich, die Teile, wo hier tatsächlich Strom drauf ist, also die sind so tief versenkt, wenn ich da dran will und mir einen Schlag abholen will, dann muss ich da eine Büroklammer reinstecken. Wenn ich das aber vorhabe, dann muss ich dafür das Ding nicht aufmachen, sondern dann mache ich das von der anderen Seite und hole mir da meinen Strom ab. Aber insofern, irgendwelchen zusätzlichen Berührungsschutz hier brauche ich definitiv nicht. Ich sollte nur zusehen, dass ich hier nicht irgendwie dran fassen kann. Aber das kriege ich hin. Dafür hat der Herrgott Schrumpfschlauch erfunden. Oder irgendjemand anders. Herr Schrumpf wahrscheinlich, nach dem ist er nämlich benannt. Glaube ich. Jetzt mal einer für alle Schüler, die es hassen in Mathematik, mit diesem Ding hier rumzuspielen. Ich zeige euch jetzt mal, warum das ein geiles Teil ist. Ich habe mir hier überlegt, dass ich die Schalter so einbauen will, dass die Mittelpunkt der Erbodung alle genau 4 cm auseinander sind. Das passt ganz gut. Das gibt mir 12 cm so 18 cm, das Teil insgesamt hat schon Abstand zum Rand. Das ist harmonisch, so will ich das haben. Jetzt habe ich mir, hier sieht man hoffentlich, wenn es nicht zu dunkel ist, genau die Mitte angezeichnet und die Linie, wo es hin soll. Und was ich jetzt mache, ist, ich nehme meinen Zirkel erstmal und stelle mir den schön auf 2 cm ein. Das kann man hier ganz gut auf dem Teil hier auf dem Gerastarten. Das kann jetzt weg, das bereinigte ich nicht mehr. Und jetzt steche ich hier in der angezeichneten Mitte ein und konstruiere mir hier und hier die Mittelpunkte für meine ersten beiden Bodungen. Und jetzt stelle ich mir den Zirkel auf 6 cm ein. Das sind 5, das sind 6. Und dann konstruiere ich mir die Mittelpunkte der beiden anderen Bodungen. Nämlich hier und hier. Wunderbar. Das ist viel einfacher, als hier mit dem Geodreieck drumherum zu messen. Der größte Bohrer, den ich hatte, war ein Zentimeter. Ich brauche aber 13 Millimeter und deswegen gehe ich nochmal mit dem Dremel bei. Nicht zu hohe Drehzahl. Dann schauen wir mal. Passt wunderbar. Das ist übrigens kein Zufall. Ich habe mir vorher mit dem Zirkel, das sieht man hier vielleicht, die richtige Größe angezeichnet, damit ich es vernünftig drehen kann. Löcher sind alle drin. Und ich kann drangehen, die Teile richtig festzumachen. Zusätzlich zu der Muttern sind auch noch diese kleinen Runden dabei. Die sind dafür da, die hier oben dran zu packen und festzuziehen. Der Punkt ist nämlich, wenn die da drauf sind, können sich die Muttern eigentlich nicht lösen, weil die müssten nach oben. Da drückt das Teil dagegen, da verkantet sich. Passt. Gut. Und jetzt haben wir mechanische Schalter. Die anderen drei, ja, war ja ohne euch. So viel zum Thema, irgendwas ist ja immer. Ich bin so ein Trochener. Ich habe es euch beim letzten Mal noch erzählt, dass ich die Steckdosen extra ein bisschen zur Seite gesetzt habe, weil auf der Seite das Scharnier ist. Glaubt ihr im Ernst, ich hätte dasselbe mit dem Bodong für die Teile hier gemacht, für die Schalter? Nein, natürlich nicht. Die sind genau zentriert im Gegensatz zu den Steckdosen. Ich... Ich glaube, Philipp wird es nicht so schlimm finden. Aber ansonsten... Igor, bringe die Gehirne, dann gebe ich Strom. Phase 1, Phase 2, Phase 3. Bring das Gehirn. Schalter werden so verdrahtet dann, dass der hier für die Steckdose ist, der für die untere, der für die obere, der für die untere. Und damit ergibt sich dann auch für die Programmierung des Mikrocontrollers und die ganzen Sachen die logische Reihenfolge. 1, 2, 3, 4. So viel dazu. Und jetzt... Kabelkram im dicken Zappich. Hier ist jetzt die Verkabelung dran. Ich zeige mal exemplarisch hier am Neutralleiter... Quatsch, jetzt rede ich an der Schutzerde. Wie ich das mache. Also hier an der Stromversorgung werden die Teile festgelötet. Dafür biege ich erst so einen Haken, dann wird es wirklich gut festgelötet. Im Hintergrund hört er schon den Stifftoaster, der gerade aufheizt, weil hier kommt dann noch ein Stromschlauch drüber. Das wird im Prinzip bei den beiden anderen, also hier beim Neutralleiter und beim Leiter, wird das genauso funktionieren. Von der Verkabelung her habe ich es mir wie folgt gedacht. Neutralleiter geht hier rüber. Bei den Steckdosen sind für jedes Kabel immer zwei Klemmen dran. Das werde ich also so machen, dass ich den von hier nach da, nach da, nach da oder so ähnlich kaskadiere oder andersrum, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall kaskadiere ich es, sodass ich da nur ein Kabel langziehen muss. Für den Neutral- und den Heißleiter muss ich es so machen. Ich werde den Neutralen mit so einer 3er-Vago-Klemme aufsplitten. Einer wird auch dann über die Steckdosen kaskadiert. Der andere geht zusammen mit der Phase auf eine Lüsterklemme, die ich hier anbringen werde irgendwo. An die Lüsterklemme kommt dann, kommt eine weiche Litze dran, aber das sehen wir dann im nächsten Teil. Dann gibt es eine zweite Lüsterklemme mit vier Anschlüssen, wo die Phase wieder zurückkommt vom Mikrocontroller, von den Relais. Das geht dann hier an diese Pöppel dran und von den anderen Pöppeln an den Schaltern hier gehe ich dann an die vier Steckdosen. So sieht das jetzt also aus, wo die Kaskadierten verlegt sind. Das ist einmal ja klar, ne? Also Schutzerde. Und dann der Neutralleiter. Den habe ich hier mit so einer Vago-Klemme befestigt, weil ich ja noch eine Ableitung davon brauche dann für die Stromversorgung für den Mikrocontroller. Und was ich hier gemacht habe, worauf ich geachtet habe, ist, dass der Neutralleiter immer auf derselben Seite ist. Und zwar von vorne gesehen, wenn man das so aufstellt, auf der rechten Seite. Hintergrund ist, wir haben zwar die Schuko-Stecker, die dummerweise nicht verpolungssicher sind, aber wenn man, was so das Übliche ist, Schuko-Stecker mit so einem abgewinkelten Teil nach unten hängend reinpackt, ist dann die Phase links. Und das ist zumindest das, was man in Frankreich erwarten würde, wo die Stecker nicht symmetrisch sind. Das heißt, das steht als Best Practice in der Wikipedia, also habe ich es einfach mal so gemacht. Auf jeden Fall ist es sinnvoll, wenn man darauf achtet, dass der Neutralleiter und die Phase immer an derselben Seite sind. Das ist zumindest einheitlich. Das ist soweit schon ganz gut geworden. Bin zufrieden damit. Und jetzt löte ich die Leiterkabel hier an den Schaltern fest und werde dann die Schalter mit den Steckdosen verbinden. Dann ist im Grunde genommen die Verkabelung im Deckel auch schon fertig. So, liebe Fans und mittelbegeisterten Zuschauer. Tada! Also, ich habe jetzt die Schalter eingebaut und verdrahtet. Und hier wird dann die Elektronik angeklöppelt. Um das hier anzuschließen, werde ich weiche Kabel brauchen, weil ich werde ja hier die Klappe so offen zumachbar haben. Das heißt, das kann auch bewegt werden und da sind diese Verlegekabel zu stark. Ich werde mal schauen, entweder kaufe ich mir im Baumarkt geeignete Kabel oder ich schlachte einfach eine alte Mehrfachsteckdose. Ich meine, die Zuleitung muss ja auch 10 A abkönnen, insofern die Kabel, die da drin sind, passen schon. Dann wäre das Nächste, dass ich noch hier an die Bruxen für die Sensoren noch Kabel dran mache mit diesen reichen PSK-Steckern hinten. Ja, aber das mache ich glaube ich wirklich erst dann, wenn ich eigentlich ansonsten fast alles fertig habe. Dann weiß ich, wie lange die Kabel dran müssen und das muss ich eigentlich nicht vorbereiten. Aber ich wollte schon mal hier so den Elektrikeranteil vorbereitet haben und das habe ich getan. Wie ich finde, es ist sehr gut geworden. Also ich bezweifle, dass unser Elektriker hier das viel besser gemacht hätte, auch wenn es ein cooler Typ ist, der hier im Haus die Elektrik gemacht hat. Aber viel sorgsamer als so geht es eigentlich nicht, oder? Ich bin zufrieden und diese Scheitern. Ah, schön. Ich spiele noch ein bisschen mit den Scheitern und ihr mit euch selbst. Bis dann. Tschüssing.